Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei Monkey Island Special Edition. Ich bin euer Prings und ja, es ist nicht nur irgendein Monkey Island, nein, es ist The Secret of Monkey Island. Das heißt, das erste Monkey Island überhaupt, wer das Spiel nicht kennt, ist ein wunderbares Adventure-Spiel aus den, ja, frühen 90er-Jahren eigentlich. Späten 80er, nein, muss frühe 90er-Jahre gewesen sein. Und die Special Edition ist das gleiche Spiel, nur mit aufgewerteter Grafik. Ich habe es noch nicht angespielt, denn das tun wir jetzt zusammen. So, die Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich, was das auch heißen soll, dann spielen wir es eben auf Englisch. Tief im Herzen der Karibik. Mealy Island. Mealy, 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 Mealy Island. Island. Wir nennen es Mealy Island. Und hier haben wir jetzt auch den Unterschied zur Grafik, vorher, nachher. Ron Gilbert, den Namen müsst ihr euch merken. Einer wahrscheinlich der größten Game-Designer überhaupt. Und auch hier merkt man ein älteres Spiel, denn da ist der Vorspann noch vor dem Spiel und nicht erst nach dem Spiel. Und wir haben auch nicht wirklich eine Möglichkeit anscheinend, dies zu überspringen. Das heißt, wir warten ein bisschen, ne? Wir genießen die schöne karibische Musik. Und ich muss gestehen, ich habe das Spiel wahrscheinlich auch das letzte Mal in den 90er Jahren gespielt. Das war jetzt mein erstes Spiel überhaupt. Damals noch mit meiner Mutter zusammen. Das heißt, wir haben uns dann immer abgewechselt, wer spielen durfte. Und dann haben wir uns unter Anführungszeichen noch gebettelt, wer schneller durch das Spiel durchkommt. Ja, meine Mutter hat gewonnen. Ich war ja damals noch ein kleiner Knirps. Kann man das wirklich nicht überspringen? Ah, ne. Aber es geht nicht schon los. Ich bin Guybrush Threepwood, und ich möchte ein Pirate sein. Yikes! Ich bin nicht auf mich wie das. Um, ich bin hier. Ah, dann, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ich verstehe. So, you want to be a Pirate, eh? You look more like a flooring inspector. Aber wenn du ernsthaft über Pirating bist, go talk to the Pirate Leaders. You'll find them in the Scum Bar. Gosh, thanks. Ich werde das tun. Bye jetzt. Ich gehe jetzt auf meine Fortschritte. Good luck. Um, wo die Pirate Leaders waren? The Scum Bar. Great. Thanks. Ungewohnt, Guybrush in so einem Design zu sehen. Teil 1, die drei Prüfungen. Und wie man vielleicht merkt, auch schon an der Maus hier. Es ist typisches, klassisches Point and Click. Ein simpels Prinzip, um eine Wahl zu gewinnen. Ah, die Scum Bar, da sind wir auch schon. Ich muss gestehen, ich kann mich an den ersten Teil so gut wie gar nicht mehr erinnern. Aber hieran kann ich mich erinnern. Ich glaube nicht, es ist wunderschön, einen schlussenden Pirate zu wagen. Wobei ich echt gestehen muss, mir gefällt die alte Grafik, glaube ich, besser. Ich glaube, es gibt es. Ich glaube, der will sein Knochen nicht unbedingt teilen. Okay. Okay. ruflachuck Okay, äh, was immer er uns auch sagen wollte, ich hab's genau verstanden. Ich kann mich jetzt erinnern, der erste Teil, ähm, da war, äh, natürlich keine Sprachausgabe. Ähm. Sondern, äh, das war nur mit Schrift. Also Synchronsprecher gab's damals noch nicht so wirklich. Vor allem keine Deutschen, wenn. Ganz wichtige, wichtig wirkende Piraten. Was be ye wantin, boy? Ich will ein Feuerwämmern werden. Nein, ich will Pirat werden. Ich will ein Pirat werden. So, was? Warum wehren uns? Hey, don't forget, wir sind kurz auf Hilfe, wegen dieser ganzen Chuck-Thing. So? So, no Pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Hmm. Do you have any, uh, special skills? I can hold my breath for ten minutes. Well, all right. But you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through... The Three Trials. Uh, what Three Trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure huntin', you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, Tivari, and, uh, a treasure hunterie. Then return with proof that you've done it. And then, you must drink grog with us. GROG! GROG! Okay, schauen wir mal. Also drei Sachen. Äh, Fechterei, äh, Kunst des Diebstahls... Stahl... Diebstahls. Äh, und die Schatzsuche. Äh, ja, die sollen ein bisschen mehr darüber was erzählen. Am besten zuerst über die Fechterei. Tell me more about mastering the sword. First, get here your sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. Oh! You want to find somebody to train you first. Hahaha! Imagine trying to take on the sword master without any training. Har, har, har. Har, har, har. Har, har, har. Zu viel. Hör mal, wer der Himmert geschaut. So, äh, Fechterei hatten wir jetzt grad. Kunst des Diebstahls. Tell me more about mastering the art of thievery. We want you to procure a small item for us. The idol of many hands. In the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside a town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. They might be able to drug them or something. Also, Hunde umgehen, äh, Wachen umgehen, äh, Idol des, 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 des irgendwas klauen. Und, dann haben wir noch die dritte Prüfung, das ist die Schatzsuche. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of melee island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot. Ich finde das immer so toll, wenn da wo dieses Mealy Island steht, ist, ob man da hinter das TM für Markenschutz damit eingetragen ist. Ähm. Du bist ein paar schweißen schweißen, grog-schweißen Päden. Um ein Piraten zu sein, musst du auch ein schweißen schweißen, grog-schweißen Päden sein. So. What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene. Propylene glycol. Artificial sweeteners. Sulfuric acid. Rum. Acetone. Red dye number two. Scum. Axel grease. Battery acid. And or pepperoni, as you can probably imagine. It's one of the most caustic, volatile substances known to man. Arrrr. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Arrrr. Ein sehr gutes Gustav anscheinend. I'll just be running along now. Leave us to our drog. Come back later and tell us how you're doing. Hey, you can't come back here. Okay, das ist anscheinend die Küche, und da dürfen wir noch nicht rein. Well, there's nothing special about it. Und ich glaube, mit den Heinzis hier können wir auch nicht wirklich etwas anfangen. Aha, aber der Koch geht ja gerade hier hinaus. Steuerung ist etwas ungewohnt. Vielleicht müssen wir nur darauf warten, dass der Koch erstmal rausgeht, dass wir hier dann reingehen können. Hey! You can't come back here! Cozy. Ein gemütliches Feuer in der Piratenhöhle des Schreckens. Naja, und jetzt können wir... Hey! Geh nicht in die Küche! Es ist ein bisschen Fleisch, oder Fleisch-Siebend. Es ist kalt. Ich weiß nicht, was es speziell ist. Ich glaube, es ist voll von diesem schrecklichen Piratenhöhlen. Ich glaube, dieser Bär wird meine Hand auspüren. Hm. Ah, das ist ja toll! Also, wir können auch zur alten Grafik umschalten. Und hier sieht man auch gleich einmal die Unterschiede von der Grafik her. Und das habe ich gemeint vorhin. Ich habe Guybrush von früher besser in Erinnerung. Oder zumindest gefällt der mir besser. Als mit der neuen Version. Weil man sieht sehr relativ schnell die Unterschiede. Ich glaube, ich werde ein bisschen mal in der alten Version immer wieder hin und her tun. Und hier merkt man auch schon, kein Ton, was... Ach, hier sieht man auch Sachen wesentlich besser. Kein Ton, was die Sprache angeht. Aber sonst sehe ich momentan gerade nichts, wie ich an diese... An den Fisch rankomme. Und auch hier die Unterschiede einmal der drei Piraten zu früher. Übrigens, wer es noch nicht weiß, ein nettes Detail vielleicht am Rande. Äh, Guybrush hat sein... Na, warten wir ganz kurz. Die, beneath Monkey Island, die... ...ließe in einem River of Lava. Litchick damals, Litchack heute. Herr Litchack, Sir. Ich... Ah... Es gibt nichts wie die heißen Winde der Hölle, die in deinem Gesicht geblieben sind. Nein, Sir. Nichts wie das. Ah, Sir. Ich... Es sind die Tage wie diese, die Sie glücklich sind, dass Sie sterben sind. Oh, ja, Sir. Glücklich sein, dass Sie sterben sind. Sie sind glücklich sein, dass Sie sterben sind, richtig? Oh, ja, Sir. Ich fühle mich so glücklich, dass Sie so geholfen haben, dass Sie mich und alle auf dem Board geholfen haben. Oh, ja, ja, Sir. Glücklich. Glad to hear it. Now, was was it you disturbed me for? Uh, ja, Sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe, young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bother you with it. I'll have him taken care of myself. Wait, I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, Sir. Und auch hier sehen wir nochmal die Unterschiede zu früher. Ah. Also ich weiß nicht, mir kommt, wie gesagt, ich mag vielleicht das Design, vielleicht weil es die Kinderzerinnerung ist, aber ich mag das Design von früher lieber als das heutige. Aber ist egal, das ist ja nur, wir werden immer wieder zwischen alt und neu hin und her springen. Und jetzt muss ich auch sagen, ich erkenne auch jetzt erst die Welt wieder, weil ich vorhin gemeint hatte, von wegen, ich kann mich an den ersten Teil nicht erinnern. Das ist nicht ganz wahr. So erinnere ich mich schon dran. Übrigens, wie gesagt, interessantes Detail zu dem Namen Guybrush. Hat nämlich eine Geschichte dahinter. Also Guybrush, der Protagonist, wurde zuerst mit einem Programm gezeichnet, Paints. Und zwar, ich glaube, das war aber nicht das Paint, was wir heute kennen, sondern für, ich glaube, für eine Mac-Version war das eigentlich gedacht. Oder wurde auch genutzt dafür. Und die Datei, die abgespeichert wurde, hat zuerst nur Guy geheißen. Und die Datei hat aber alles mit der Endung Punkt Brush abgespeichert. Und so ist man auf den Namen Guybrush gekommen. Und Threadwood war, glaube ich, eine Umfrage, die gemacht wurde, oder sowas in der Richtung. Eine Umfrage, die gemacht wurde, um herauszufinden, was für ein guter Name da wäre. Und ich muss gestehen, mir gefällt das alte Design immer noch besser. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht die Vertonung auch in diesen Teil übernommen haben. Und auch der Typ, der gerade vorbeigegang ist, schaut ganz anders aus. Aber gut, das sind kleine Details. Damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Wie gesagt, ich werde immer wieder zwischen Alt und Neu hin- und herschalten. Wir werden mehr sehen im nächsten Video. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.